oder der eine geht zumindest zwei von dem doch dann genau dann gehe ich halt raus ja ich würde sagen jetzt in zwei matches also jetzt in folge dann immer mehr als genug gemacht heute auf jeden fall ist das ein dünner deutscher oder einer von denen zumindest nein also nicht ehrenmann okay wie auch immer der zum familie jetzt angekommen ist ich war nicht komplett los gerade dem spiel eigentlich war es auch meine vorlage aber ja ich bin irgendwie hochgesprungen weil ich erst in einmal bekommen wurde dann auf mir drauf gefallen okay das führen wir na komm baby das ist die schweine damit es mir geht das ist es 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 das ist Das ist ja gerade abartig. Komm, schade. Na, der war ein bisschen zu schnell. Da habe ich ein bisschen zu fest gespielt. Ja, Mann! Ja, mein Gott, geh mir um den Sack, Alter. Da war ich frei durch und dann haut er mich noch weg. Warum mache ich immer solche Dinger, ey? Okay, der muss ich mir ankreiden. Den habe ich ein bisschen zu weit nach hinten gespielt. Fuck. Was sind wir da, dass die Dinger weg drauf ist? Nicht so was wir. Vill du dir hier? Du hast ja, hinterher. Ich bin hier ja hier. Ich werde mir da drauf. Dann gibt's. dieser ball hat manchmal so beschissene flugbahnen das ist unfassbar scheiße man das war irgendwie verdient wer was die gegner momentan gewinn an spielen weil du verlierst du spiel was du niemals verlieren darf das hätte nie verlieren dürfen so was ich halt nicht so ganz verstehe wenn bereit drücken heißt noch mal gegen die gleichen spielen warum gibt es doch noch mal ein extra revanche abstimmen kapiere ich nicht eigentlich müsste bereit heißen breit für die nächste runde für neue gegner und nicht dann spielen die weiter ich habe revanche heißt dann quasi wenn du mit dem gemischten team spielt also nicht mit vier leuten zusammen sondern bis zur zweiten zwei fremden und dann bis auf gewohnt und dann bleiben wir die team zugleich und sonst wenn die dann durch gemischt so verstehe ich das gerade gehen wir nicht auf die misse nein schade ich habe ich noch mal ein bisschen gelockt halt damit wie die aber manchmal auch den ball noch treffen das dürfte eigentlich gar nicht gehen die sache das ist absolut glückgörse gewonnen haben das ist nicht das erste spiel jetzt miteinander das riecht mich halt auch weil sie verlieren verdient geben mit dem einen wurde der 10 0 gegen uns gewonnen hat mein gott das ist halt dann einfach so aber solche dinge halten die schießen das eigene eke teilweise drauf und der hübschern irgendwo rein und die kriegen die scheiß dinge da vorne nicht gesehen sehr schön wie der eine mich noch blocken will ja klar man kann man das nicht schreiben dann bitte gar mich noch wieder raus das war jetzt wirklich ein ehrenmann das war jetzt Alter, ey, haben die den echt doch erwischt, der Typ, ja, ey, den Einball. Alter, oh, gut an die Lappe. Und Baby macht den rein, der hat mich voll in die Richtung geschubt, ey, Sau. Eigentlich war halt geklärt. Und Baby macht den schon wieder, macht den wieder unnötig scharf. Eigentlich hätten wir schon einen Konter. Passiert, egal. Hey, wenn ich gegen den Ball springe, fliegt er einen Meter, wenn die anderen gegen den Ball springen, fliegt er 50 Meter weg, das ist unfassbar. Mhm. 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 Ja. Ja, schön. In meiner Vorlage, geil gemacht. Ich will wieder mitmachen. Irgendwer drückt den dann irgendwie noch rein. Ich will schon mal weg damit. Schön, ich will weg. Schön, ich will jetzt mitgespielt. Nein! Ich weiß jetzt nicht, wer mir praktisch die Klärung kefft, du hast mir gerade die Klärung kaputt gemacht. Ich werde nicht weggeschossen, du hast den praktisch da weggelangt. Ich glaube nicht, dass ich den berührt habe, ich glaube, den hast du. Ja, dann geht der auf mich, dann versage ich gerade uns die Runde. Kacke! Du kamst von der anderen Richtung und hast den praktisch nur mal weggelangt, ich hätte ihn gemacht. Das war schwer. Gut. Einfach drunter geschaufelt. Muss er jetzt noch 15 Sekunden halten. Ja, oder das Tor einfach machen. Wir kommen wieder blöd in unsere Richtung. Ich hasse das, ich hasse das. Liegt damit. Und ich kriege nicht mal eine Parade. Egal. Haha, ich habe war halbwegs das Miete. Yeah! Level 201. Rocket Pass. 4. 5. 3. 6.